Eine kurze Info für alle, die sich auf den Livestream am 4. Dezember freuen. Es gibt keinen. Dafür aber am 11. Dezember, wie gewohnt um 20.30 Uhr. Grund für die Verschiebung des Livestreams ist eine größere Videoreportage. Zwischen den Aufnahmen und den Interviews bis zum Streamtag lag eine Woche. Jedoch fiel bereits einen Tag wegen Rückreise raus und zwei weitere wegen privaten Dingen, die Vorrang hatten. Heute am Freitag, einen Tag vor dem Stream, bin ich mit der Arbeit, die ich unter Zeitdruck geleistet habe, nicht zufrieden. Daher möchte ich mir für den Beitrag mit mehreren Interviews etwas extra Zeit nehmen, um das, was gefilmt wurde und was gezeigt werden soll, bestmöglich zu präsentieren für euch. Der Chatabend morgen am 4. Dezember ab 20.30 Uhr fällt natürlich nicht aus. Auch am 11. Dezember wird es ab 20.30 Uhr dann zum Livestream einen Chatabend geben. Zusammenfassung. Livestream am 4. Dezember ist auf den 11. Dezember verschoben. Der Weihnachtsstream mit Chatabend findet ab 18.30 Uhr am 24. Dezember statt. Wir sehen uns im Chat. Bis dahin, bleibt gesund.